Äh, ne, krieg ich grad nicht im Kopf hin. Ah, der sitzt jetzt genau vor dem Eingang und da kann ich mit ihm quatschen. Es kann sein, dass ich erst ein paar Spuren finden musste, jetzt mit dem reden muss und dann bin ich entweder die restlichen oder der sagt mir hier, ja, ja, du musst da irgendwie in das Lager. Ach, als Paul. Ah, siehste, es sind nämlich jetzt andere da, weil das wollen wir vor uns auf jeden Fall, ne. Das ist halt auch so bescheuert. Also ich meine, okay, kann man machen, weil... Ja, okay, Gesundheit, danke. Äh, ja, kann man machen, so von wegen, ja, okay, die haben dann später nochmal welche dort hingemacht. Aber an sich ist das halt... Lass mich doch gleich die 10 sammeln. Weißt du, und damit ist gut. Weil du sammelst, ich hab vor uns 5 halt einfach gesammelt, weißt du, und du hast halt die Anzeige, okay, 5 von 10. Denkst du ja, okay, dann sind die restlichen 5 ja auch schon da und noch in dieser Welt irgendwo versteckt. Und du läufst halt alles ab, um diese Spuren zu finden. Und du findest die aber halt einfach, ne, weil die halt einfach noch nicht da sind. Ne, du musst dann erst wieder rausgehen und wieder reingehen. Und dann sind die restlichen da. Das ist halt irgendwie... Ja, find ich halt immer nicht so cool. Weil dann hätten sie es eher so machen sollen, so, ja, du hast 5 Spuren gesammelt, lass mal mit dem Lianerforscher reden, so, was der dazu nimmt. Wäre ein bisschen angenehmer. Weil so ist es halt immer so, dieses Try and Error, wenn du irgendwas findest, dass du dann irgendwie, okay, hier hast du dich gefunden. Weil wenn, ich meine, gut, wenn du in einer normalen Quest wärst und du hast es gefunden, dann ist es wieder was anderes. Machst die Quest halt zu Ende und dann ist gut. Aber wenn du halt auf Expedition bist und halt eigentlich ja immer Kunden von der ganzen Geschichte, ist das halt immer irgendwie nicht so geil. Guten Tag, der Herr. Ach, jetzt ist es jetzt nicht. Ja, das ist ja auch irgendwo. Oder ist das... Ach nee, das war gar nicht der Eingang. Bin eh jetzt zu tief gewesen. Stimmt, das ist ja der Weg, den es auch ergabend geht, wenn es was laut ist. Jetzt hat die Frage, was sind jetzt hier die Spuren, die restlichen... Na komm, die gehen erst mal hoch. Na komm, dieło is das. Boa, das ist ja zum V� consigo Hältst. Alles klar, was hat hier draußen? Oh, was wissen Sie? So interim immer. Na 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 Kurta niche... weh, die sind jetzt nicht dort unten, flippsch aus aber jetzt müssen die unten sein weil ich weiß eigentlich ganz genau das hier unten, welcher war oder ohne ich kann halt ganz viel mich täuschen, zum Beispiel am meisten okay, dann halt doch nicht dort unten ich müsste jetzt wieder sagen, das wäre der Hammer ich hab da kurz ne Frage sagt die das nicht, also kommt das nicht eigentlich nur ein einziges Mal wenn du das nämlich schon entdeckt hast brauch dir das ja nicht nochmal sagen hä, das ist ja, hä ja, nö, ist klar sag's halt einfach nochmal sagt die das ja wirklich jedes Mal, wenn man halt das noch ne gebaut hat sagt die das dann jedes Mal, wenn du drüber neigehst ist doch total wärmert ob's denn eh mal reicht gut, ich bin ja normalerweise bist du eine nochmal dabei, deswegen also bevor du's ne, gebaut hast deswegen erinnere ich mich vielleicht schon wieder davon gibt mir die anderen Spuren wie viel fehlen jetzt noch? zwei oder drei Gott, ich hab's nicht aufgepasst aufschlossen ich denk's dir nichts böses, willst du? du denkst du nichts böses, willst du? kommt doch immer lag geschüsselt ich würde doch nicht so ich dachte wir haben es gleich irgendwie viele bernstein ablagerungen kraft hier dabei ist ja nicht mal bonus drauf es ist manchmal echt zu anstrengend nur auf die jagd nach diesen spuren zu gehen aber auch nur weil du halt den gefilmt ist du wirst dass sie da sein müssen jetzt gerade in der runde und aber dann halt auch an irgendwelchen ecken sind wo du sie halt vielleicht nicht vermutet weil dort wo ich es am ehesten vermutet habe ist ja nicht und das macht keinen sinn da oben ist auch nicht offen aber wir gehen trotzdem mal dorthin jetzt habe ich aber trotzdem schon doch fast alles abgelogen wo eigentlich die wahrscheinlichkeit am größten ist weil es ja auch dort ist wo die sich selber aufhalten aber nee wir haben einfach keinen bock aber ja auch hier oder jetzt haben wir ein kleiner noch mal hier oder Hallo? So, eigentlich hatte ich vor, heute mich nach Eisbohren zu spielen. So wie das gerade läuft, habe ich das Gefühl, dass ich einmal den ganzen Tag dafür brauche, diese Kackspuren zu finden. So riesig ist die Welt doch gar nicht. Nö, aber sicher, was du findest, sind hier Dementia-Spuren. Ja, die Spuren sind bestimmt alle abgeleckt, deswegen gibt es keine mehr. Okay, ich schalte nochmal zum alten Typen. Also jetzt weiß ich halt wirklich nicht mehr, wo ich noch gucken soll. Eigentlich war ich halt schon überall da, wo es halt am meisten Sinn macht. Mein bester Dank. Na schön, du bloß mit dem Reden brauchen, jetzt kann ich hier durchgehen. Warte, was ist das? Komm, reden wir mal. Mein bester Dank. Mein bester Dank. Nö, doch. Aber jetzt ohne Scheiß, was meint er mit anderen Regionen? Meint er damit jetzt komplett andere Welten? Macht ja aber keinen Sinn. Aber wahrscheinlich schon. Das ist dann halt nämlich erst recht sowas, was ich nämlich irgendwie doof finde. Ja, wir gehen jetzt einfach mal, keine Ahnung, in irgendeine andere Kackwelt und gucken da mal, dort wo die sich aufhalten und mir dort noch eine Spur finden. Ich bin mir halt echt nicht mehr sicher. Und das war halt so lange her. Eigentlich müsste man sich mal die Mühe machen und die komischen Schätze finden. Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Ja, hier war alles klar. Das ist Kacklederhaut. Ich habe gerade vor uns überlegt, so was brauche ich denn da noch mal dafür? Ach ja, steht so bei dir. Ach. Äh, da hin und dann da auch. Wahrscheinlich ist es genauso gut. Die letzten drei kriegst du hier. Ne, macht keinen Sinn. Weil es sind ja logisch, es sind ja noch vier Welten denn dann. Das könnte so einfach sein. Das könnte so schnell gehen. Aber nö. juvenil. Guten Tag. da als paul das ist halt das was ich meine das ist das so doof warum muss ich denn jetzt in die anderen welten bei den bräuchten jetzt ja auch gleich hinlegen können jetzt muss schon mindestens eine andere welt kommt und auch die letzte spur zu holen und das ergibt keinen sinn hätten sie es ja gleich wenigstens auf die letzten vier welten aufteilen können und sagen können ja okay aus jeder welt noch einmal aber du brauchst ja bloß noch zwei muss ich erzähle ich kurz überlegen es ist ein paar schnellste man ist das bescheuert nur für dieses letzte gadget muss ein aufwand betreiben und dann ist das noch nicht mal richtig geil also ja es geht ich meine er wirft dann bomben und solche scharfte ich weiß gar nicht was die macht wenn es voll aufgerüstet ist aber eigentlich ist das halt mit dem das korallenorchester für dich bin doch am besten mit den ganzen buffs und debuffs gerade wenn du gehörschutz kriegst muss halt noch zwei andere welten abklappern damit die kritzeleien vollständig kriegst hätten sie aber unter heimat der ältesten lassen können da wo die ja eigentlich zu hause sind aber genau das ist das was ich halt meine du suchst dich halt an und für sich ja tot wisse wenn dort da steht fünf von zehn und dann sammelst du halt dort drei vier spuren auf wisse und dann denkst du ja okay dann sind die letzten zwei ja halt auch noch in dieser welt ich bin jetzt laut und man kann halt auch vorher mit dem reden aber da gehst du ja am ersten impuls von nähe aus weißt du dein erster impuls ist ja okay dann sind die restlichen ja halt auch noch hier eigentlich und wie gesagt ich habe mich jetzt auch absolut nicht mehr daran erinnert dass ich jetzt noch in andere welten müsste ich glaube das wäre jetzt zwar mit sicherheit auch nie wieder vergessen dass es so ist mein bester dank mein bester dank warum 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 muss ich jetzt erst wieder zurück übrigens habe ich ihn deswegen nur zwei mal angequatsch weil ich es halt nicht fassen kann das ist auch sowas der steht doch hier erzähl es mir doch jetzt warum muss ich dafür erst wieder zurück nach astera erzähl es mir doch einfach jetzt wo ist dann der unterschied das feldteam hat sich am hau versammelt sieht aus als würde es so unnötig in den wald aufrechen ich hätte da eine bitte meine fresse also spielen oder giswitte dorthin also manches ist schon wirklich äußerst umständlich gemacht ja das muss möglich mal los werden so kannst du ja gleich mal niederlegen weil ich brauche die scheiße schön gestapelt und dann immer durchstehen sehr schön ich brauchte ja bloß die lieber heute aber brauchte ich die normale ach ne geht ja kaum ach ne ich muss ja hier genau tag so bevor ich jetzt so bei geht jetzt hallo geh doch da durch was soll das kann für eine aktion okay betreib halt endlich jetzt haben wir alle jetzt glaube ich auch dieser Weg bleibt offen das geilste wäre jetzt auch wenn jetzt kleiner der Bonus da wäre ne natürlich nicht wäre ja zu schön bewegend na kannst du mal die Fresse halten dann scher dich raus und sammeln Materialien damit ich dich aufbauen kann so haben wir das wundervoll das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt sieht aus als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen doch ich habe es falsch gut und es hat sogar noch für Dio noch gereicht sehr schön Mann, 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 Mann so, auf geht's oder obwohl noch mal eine Runde bereit zu gehen ne, wir machen noch mal die Kuhle Willst du diesen Gerüchten über einen Legianer im uralten Wald mal nachgehen, Partnerin? Nö noch nicht Mann, 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 Hülf ich geh noch mal nach Nein in zwei Mark Tschau schade verteidiger Daher kann man das nicht sehen. Es ist nicht so. Das ist nicht so. erstmal das video trotzdem noch mal kurz durch wo wenn ich es schon zu mir eingedrückt habe es ist eigentlich trotzdem ganz cool jetzt machte ich auch Ja. Ja. Was war's? Was war's? Was war's? Und da sind wir schon oben aus. 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 Und da sind wir oben aus. Komm schon. Komm her. Ja. Das wollte ich eigentlich machen. Okay. Egal. Nochmal rein. Ach. 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 Oh. Ach. 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 Ich sehe halt nichts. Ich bin der Yaddo! Ah scheiße, das Schöpfe in die Mäu. Haus Klöppchen gibt es da. Das packen wir. Schade, ich hätte mir das abgebildet. man muss auch mal was riskieren war schade liefen die ganz so rund wie sonst ja das funktioniert schön angriff schön rein das hier ich muss schauen ist das zu viel mehr da ja 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 Das ist ja absolut gar nichts. Also schon frech jetzt. Ah, schön. Ja, gut. Okay. Schönen Taui auf die Glocke, ey, Alter. Ach, scheiße. Da hast du viel riskiert gerade. Ich hatte ein bisschen gehofft, ich glitsche noch so ein bisschen am Kopf vorbei. Nein! Nein, wieso? Wir hatten sie doch gerade weich. Ein kleines Mistviel. Ah, da wäre das so schön funktionierend, die gerade nochmal weich zu kriegen, ey. Ah. Schade, schade. Uh, nur 53 Punkte. Ah.